Hallo liebe Freunde, ich habe mich sehr über die Einladung von Buchkräuter in Rottweil gefreut zur Lesung. Ich komme aber nicht alleine, sondern Rüdiger Gramsch wird mit von der Partie sein. Wir beide stellen dann unser neues Buch vor, wo die Stunde schlägt, passend zum Thema 25 Jahre deutsche Uhrenstraße. Das wird also sicherlich ein informativer, aber auch unterhaltsamer Abend. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie am Donnerstag am 4. Mai 19.30 Uhr zu Buchkräuter nach Rottweil.